Alma, Bestvater, Klettern. Im Wettkampfklettern gibt es die drei Disziplinen, Bouldern lieb und spürt. Das Bouldern ist die Disziplin, bei der man nicht so hoch klettert, nicht das, wo man ein Seil und ein Gurt braucht, sondern man ist tatsächlich einfach frei an der Wand und als Sicherung dienen eben die Matten, die drunter liegen. Der Schwierigkeitsgrad der Bouldern ist wahrscheinlich bei jedem Wettkampf relativ ähnlich, solange es jetzt eben ein Weltcup ist, dann national wahrscheinlich ein bisschen leichter. Es sind immer wieder neue Bouldern und immer wieder neue Bewegungen. Beim Bouldern ist es so, dass man im Prinzip so viele Versuche hat, wie man möchte. Das einzige ist, dass man eben maximal, je nachdem welche Runde es ist, fünf oder vier Minuten Zeit hat für den Bouldern. Aber in diesen fünf Minuten kann man so viele Versuche machen, wie man möchte. Beim Bouldern gibt es einen Topgriff und das erste Ziel ist natürlich erstmal, dass man den Topgriff erreicht, das dann eben ganz oben in dem Boulder. Dann gibt es auf der Hälfte ungefähr des Boulders nochmal einen Zonengriff, der auch schon mal ein paar Punkte gibt und letztendlich geht es dann darum, wer die meisten Tops in den wenigsten Versuchen und die meisten Zonen in den wenigsten Versuchen erreicht hat. Das Speedklettern ist dann das, was immer an derselben Route stattfindet. Das ist eine 15 Meter hohe Wand, an der immer die gleiche Griffabfolge angeschraubt ist und man lernt im Prinzip diese Route auswendig und wer am schnellsten oben ist, gewinnt. Natürlich muss man erstmal die Griff- und Trittabfolge lernen und die Bewegungen einschleifen, aber dann kommt es mich nur noch darauf an, möglichst schnell da durchzukommen und eben nicht abzulutschen. Beim Speedklettern gibt es unten so ein Pad und oben ein Pad und wenn man mit dem Fuß unten das Pad verlässt, dann läuft die Zeit und wenn man oben wieder anschlägt, dann endet sie halt. Wenn man beim Speedklettern so direkt den Gegner neben sich hat, ist das irgendwie ganz anders als in den anderen Disziplinen, weil bei den anderen Disziplinen ist man eben immer alleine für sich an der Wand. Und ja, das ist dann irgendwie nochmal ein bisschen speziell und klar, man sieht aus dem Augenwinkel, wo der andere ist. Das kann anspornen, das kann aber auch nervös machen. Das Leadklettern ist dann so ein bisschen das klassische Klettern, wie man es sich halt vorstellt, also mit Seil und Burt. Da sind die Wände auch immer so 15 bis 20 Meter hoch und es geht im Prinzip darum, wer eine schwere Route am weitesten nach oben kommt, im besten Fall natürlich bis ganz oben. Beim Leadklettern hat man einen Sicherungspartner, der eben unten steht und die zweite Hälfte des Seils, die der Kletterer eben am Gurt hat, in einem Sicherungsgerät hat und einem dann nach oben das Seil halt ausgibt. Man hat für eine Leadtour maximal sechs Minuten im Wettkampf, aber die Zeit wird relativ selten ausgeschöpft. Sobald man eben den Boden einmal verlassen hat, zählt der Versuch und wenn man fällt, dann ist es schon direkt vorbei. Im Prinzip kriegt da jeder Griff eine Zahl und dann wird halt gezählt, bis zum wievierten Griff man gekommen ist. Für die Olympischen Spiele in Tokio wurde extra ein neues Format erfunden, was es vorher so nicht gab. Und das ist eben die Kombination aus diesen drei Disziplinen und das nennt sich dann Olympocombined. Dabei sind die Disziplinen gleichgewichtet und die Platzierungen, die man jeweils in den Einzeldisziplinen erreicht, werden dann multipliziert. Die Dämonische Spiele in Tokio Die Dämonische Spiele in Tokio Die Dämonische Spiele in Tokio